die da mag ich nicht ich blitze jetzt mal ich fiel sie mal weg so jetzt greifen sie wieder den an echt jetzt hallo wie kriege ich die dazu dass sie mich hier angreift und auch da bleiben das ist echt ist sehr sehr seltsam mission aber echt ja es schön dass er wieder fliegen konnte oder gleich wieder getötet ist ja nicht so als ob ich als ob es mir nicht langsam auf den keks geht jetzt wird er gleich wieder attackiert sieht gut hin genau könntet ihr beide euch einfach mal hier rein porten genau sehr schön top stufen aufstieg ach so der trupp hier also das sind einfach die punkte die sie drüber sind sehr schön ist der blonde schon wieder ausgebrochen viel zum wandeln das gibt's doch nicht jetzt drehen die sich wieder um ich ignorierte jetzt einfach mal jetzt schicke ich alle meine truppen raus ich sagte ich schicke alle meine truppen raus ok da die truppen unbedingt wieder rein wollen einfallen der helden auch ein vierer trupp diesmal krieg ich diesmal hin ja ich krieg es diesmal hin sehr nett so so sind alle da sehr schön Ball, bevor die mir wieder das Ding kaputt machen so den übersetzen wir einfach mal äh Trupp 4 Trupp 3 Trupp 5 was macht Trupp 4 hier Trupp 4 soll hier essen gehen ey habt ihr sie noch alle so, dankeschön also ganz ehrlich derjenige der sich das Level ausgedacht hat der hat sie nicht mehr alle naja, ich warte bis Blond fliehen kann schicke ich schon mal Ball und Trupp 1 und 2 rein Flutsch, Flutsch Ball, du sollst auch da rein so Trupp 3 und Trupp 4 können auch gleich da reingehen Trupp 5 sollte noch was essen so so wie sieht's mit den Trupps aus der Trupp braucht noch ne Weile so er wird gleich wieder abgeknallt, oder? nein ey ey so Ball und den letzten Trupp Und alle da mal reinschicken. Der konnte fliehen. Boah, da war das auf Stamts Seite doch irgendwie etwas angenehmer. Vielleicht nicht unbedingt schwierig, die Mission, aber nervig. Genau, er wird wieder umgeballert. Äh, Ball? Ich will mal das Ding hier ausprobieren. Ein Stufe 3 Speer wird gerufen. Und er kämpft dann einfach für mich. So, Blond ist geflohen. Muss ich die erst wegblitzen, damit die Ruhe geben. Die zwei da jedenfalls. Sieht so aus. Der wird nämlich ständig von den beiden umgetackert. Aber die beiden bewegen sich einfach nicht. 11 alle zwei Sekunden. Ah ja. Komm, wo bleiben die nächsten Gegner? Kann ich hier nicht irgendwie Alarm schlagen, dass alle rein stürmen? So, habe ich einen von beiden schon mal ausschalten können. Ich hoffe, bei dieser kriege ich dann auch irgendwie noch weg. Ganz langsam und gemächlich ist ja nicht so. Hat sich nie noch etwas anderes zu tun? Nein. Das ist echt eine nervige Mission dieses Mal, aber echt. Dafür sehen die runden Räume hier schön aus. Und meine Schatzkammer ziemlich leer. So, der ist wieder da. Also verpasse ich dir mal weiter Blitze, bis ihr Tode umfällt. Zwei, drei Blitze muss ich hier noch verpassen, auf jeden Fall. Ja genau, sie wird die nämlich mindestens noch einmal ausknocken. Nervig. Die ist echt nervig. Ah. Dafür hat der Trupp hier seinen Priester auf drei. Und der Trupp hier ist Level drei. Und wir haben nicht mehr genug Materialien. Für den letzten, für die letzte Einheit. Für den Recken. Ah, sehr schön. Du lebst wieder. So, jetzt müsste das Regal aber freistehen. Also bitte, 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 bitte. Viele Imps. So, kann ich wissen, schon mal dem seine Rüstung bezahlen. Du brauchst noch. Ihr seid auch schon mal auf einem guten Weg. Was? Sag mir bitte nicht, dass da jetzt ein neuer Squad aufgetaucht ist und da wieder rumsteht. Dann nervt es mich wirklich. Einfallende Helden. Zwei Mechaniker, ein Ingenieur. So, der lebt wieder. Ich finde es ja schön. Muss ich dir irgendwie anders weglocken? Der südliche ist dort drüben. Dann schicke ich die beiden mal in den südlichen. In der Hoffnung, dass dadurch die beiden Wachen da weggehen. Tatsache. Tatsache. Ihr könnt mich doch mal gern haben. So. Du kriegst den noch. Ja, sehr schön. Jetzt wird er wieder ertappt. Genau. Ja, hier sind wir richtig. Kommt schon, meine Truppen geht auch langsam die Aggressivität aus. Ich müsste die demnächst mal wieder nach... Füllen. Out of the pit. In die Hellทำstuy. Ich fühle mich jetzt aber.